ja ja frohe Weihnachten ja auch heute ein kleines Special ja als allererstes ein Gewinnspiel für VIP auf einem bestimmten Server läuft jetzt der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung und wie man sieht, ich hab'n Server jetzt endlich der ist gerade noch Whitelist also für uns, weil wir das ein bisschen früher aufnehmen aber am Tag also am 24. wird der dann frei sein und ja ich kann euch ja schon mal zeigen wie der aussieht hier ist halt der Spawn so ein kleines Häuschen und hier so leuchten damit man das auch noch etwas weiter weg sieht hier kriegt man ein bisschen Start-Equip, das kann ich auch mal zeigen toll so einmal Start-Equip dann haben wir hier eine Farm-Welt die zeige ich euch aber gleich nochmal und ja, wie man sieht, dein Name ist schon ein bisschen gebaut das ist halt unser Adminhaus und ja, da gehen wir jetzt da hin ja, auf jeden Fall mittlerweile ist das Frechland das ist nämlich ein, ja, Freund von mir und auch einer der Server-Admin und ja jetzt rennen wir mal eben hinten zum Maus ja, Hauptsache du wirst die Kräfte und ich bin die ganzen Eichhörner ja, das war wirklich failig, naja aber wir wollen euch eigentlich nur unser Haus zeigen, das Adminhaus und generell das Ab hier könnt ihr nicht mehr abbauen, zumindest die Brücke könnt ihr nicht mehr abbauen und ab hier vorne könnt ihr natürlich auch das Haus nicht mehr abbauen ohne Rechte und ja, jetzt kommen wir mal hier hin und hier ist halt jetzt so unser Haus da oben ist ein Schaf und ja, erstmal gehen wir jetzt hier rein so hier ist so ein kleiner Tisch hier ist unsere Essenskisten denn wenn wir auf dem Server sind, könnt ihr euch hier Essen holen aber nur wenn jemand von uns auch rein ist genau, weil sonst kommt es nämlich nicht an den Kisten man hier unten sieht ja sonst gibt es bestimmt irgendwas also ja hier einfach was genau äh, hier ist unser Ofensystem genauso wie in Together halt schon eigentlich ein ganz einfaches mit Hoppern und so hier äh, kommt automatisch wir sind alle so und zu Stunden ich glaub das war alle 20 Minuten ja, hier unten ist der ein Teleporter, den zeigen wir gleich hier kann man ein CZ lernen und hier ist halt unsere Farm da war grad ein Tintenfisch, ne ja schön unter Wasser schön rieseln und natürlich wird es dann auch noch die vier Alkohol die vier Alkohol die vier Alkohol ja, genau ja, hier kann man halt Schiebszent werden wenn man sich hat wenn man sich hat und jetzt geh ich mal eben oben zu unserer Farm wie man sieht Barrierblocks und hier auch ja, keiner reinschießen kann äh, ja hier sind halt unsere ganz Kufarm Alter sind zu viele hier ja, das Töten nein, noch nicht noch nicht das will ich gleich machen mit dir so, hier sind halt immer ein paar Sachen drin genau bei Jonas also Raketen-Styler ist nämlich auch und wenn man hier drauf kommt ist man wieder hin unten drin ja ja ähm ich geh schon mal in den Aufzug da kommt man halt nicht rein außer wir hier so, als erstes gehen wir jetzt mal in den zweiten Stock zu Streichholz Lager hier, das ist unser erstes Zimmer sieht eigentlich recht schön aus ui und ja hier halt kommt unser komplettes Lager eigentlich rein ja, was jetzt? ja, wir haben es aber auch noch nicht so lang so und dann gehen wir mal in den dritten Stock hier ist bisher noch keiner drin und also genau ihr könnt jetzt hier Türöl einziehen wenn ihr das wollten Formular-Diff in der Videobeschreibung und ja, du hast hinzu als nächstes gehen wir in den vierten Stock der ist auch zu ja, saftiger Saft, die hat sich hier mal reingebaut gehabt, aber die Tür ist auch noch endprotected denn ja, hier hat noch gar keine Fenster drin die müsste eher dann reinsetzen ja fünfter Stock geht zum Raketen-Styler, also zum Jonas ja, der hat hier ein bisschen mit Dioriden und so eigentlich auch echt nice und hier ist er bei ConWater den zeig ich jetzt mal das Shirt Person View wie man sieht ne, kann man grad nicht hier unten sehen sieht aus dem Fall hier unten eigentlich recht nice aus und ja, er ist ganz runter gesprungen und ja, jetzt gehen wir mal noch näher so das ist dann mein Haus ich hab hier auch nicht so viel gebaut dann tippen soll mein Bett reinkommen ja, an sich hier ist noch der Teleporter das kommt aber auch noch ordentlich so, hier ist der erste Hauseingang sozusagen hier kommt auch noch ein Zaun und hier halt der zweite Balkon sieht eigentlich ganz schön aus wie ich finde und ja, hier wird noch viel gebaut auf jeden Fall und jetzt gehen wir mal eben einmal komplett runter so und das sind jetzt genau das hier ist unser Haus da kommt ihr sowieso gar nicht rein selbst in dem Teleporter kommt denn da kommen nur ich und er rein denn hier ist ein schöner Beikon und ja, da hab ich auch mitgeufen und 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 ja, lass uns mal schlafen zu kommen ne, nicht wirklich ja, auf dem Fall ja, warte ja, warte ja, jetzt sind wir hier wir im Lager genau und ja das saß soweit von boah das hast du Mann Alter Alter so, ja das war's soweit von unserem Haus ja, und jetzt rennen wir meinen zum nächsten Haus wir machen das jetzt auch extra kurz zum Survival wobei ich grad mal eben im Creative gehe das ist sonst ein bisschen zu langsam ja, hier hat nochmal unser Spawn ja, sorry und hier wurde schon ein bisschen gebaut von hier zum Beispiel LP mit Leon die beiden Häuser hier hinten das ist Trollbeer-TV das sind halt Leute die wir kennen ja, auf jeden Fall der baut sich irgendwo hier unten gut aber ja, genau da weil, naja noch nicht ganz so deswegen und wenn ihr, ähm irgendwas habt und das protecten wollt müsst ihr euch nur einmal bei mir melden dann machen wir das nämlich so und ja, das war's soweit von zumindest von dem Server und jetzt nochmal eine kurze Ansprache ich hab ja grad schon was im No-Win-Spiel gesagt und es ist eine VIP-Verlosung für einen bestimmten Server äh, Teilnahme-Schluss ist am 1 31. da wird nämlich noch ausgelost um 6 Uhr und ja wir haben jetzt ein eigenes äh, eigenen TS zwar noch fünf Slots im Moment aber ja das ist halt im Moment nur damit hier wir überhaupt drehen können denn wir sind jetzt da noch bei einem anderen Hoster ja ja und die Server IP vom TS und von dem Server ist die Serie ist mc.de und ja das war's soweit von diesem Video und dann verabschieden wir uns nochmal Streicher ja dann nochmal einen schönen Screenshots das hat der erste schon vor allem ich hab noch gar nichts ja 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 ja